Herr Meier ist begeistert. Er hat endlich eine Zusage für seinen Traumjob bekommen. Allerdings steht nun mit Kind und Kegel ein Umzug an. Das Haus muss verkauft werden. Das können wir doch selbst, denkt er sich, recherchiert ein wenig im Internet und wird auch schnell fündig. Immobilienportale gibt es schließlich genug. Also stellt er sein Angebot in einem Portal ein und weil es mit dem Verkauf möglichst schnell gehen soll, noch in ein zweites und ein drittes. Die ersten Anrufer lassen nicht lange auf sich warten. Permanent klingelt das Telefon, E-Mails stapeln sich in Meiers Posteingang. Doch damit nicht genug, denn vor der Haustür der Meiers braut sich etwas zusammen. Eine wilde Besuchermeute hetzt durch die Wohnung. Touristen? Schließlich wird es Herrn Meier zu bunt. Kein einziger will den Preis zahlen, den er sich vorgestellt hat. Und der Zeitpunkt seines Umzugs rückt immer näher. Als Herr Meier nicht mehr weiter weiß, fällt ihm die Lösung förmlich vor die Füße. Ein Immobilienprofi bietet seine Hilfe an. Zusammen mit Herrn Meier begutachtet der Marktprofi die Immobilie, ermittelt den besten Preis und kümmert sich um passende Anfragen. Herr Meier ist überrascht, wie viel Arbeit der Verkauf einer Immobilie machen kann. Für den Immobilienprofi ist es das tägliche Geschäft. Das Filtern der Interessenten und die Verhandlungen mit ihnen, die Finanzierungsberatung, der rechtliche Rahmen und die gesetzlichen Pflichten, das Marketing und schließlich der Verkauf bei einem erfahrenen Notar. Fordern Sie jetzt unser Leistungsverzeichnis an. Wir unterstützen Sie gern.